Selbstständigkeit Selbstständigkeit für mich sehr wichtig und das sage ich nicht nur so, das meine ich auch natürlich muss man es nicht übertreiben denn übersteigerte Selbstständigkeit bedeutet ja irgendwo, dass man keine Nähe zulässt Beziehungsangst und damit meine ich auch die Beziehung zur eigenen Mutter was ja im Grunde die erste wirkliche intime Zweierbeziehung ist aber damit habe ich keine Probleme nein ich habe mit der Zeit gelernt eine gewisse Nähe zuzulassen und mich dennoch selbstständig zu fühlen auf die richtige Balance kommt es eben an und ich denke die habe ich für mich nicht gefunden das sieht man mal ganz genau so das ist